Grüezi, mein Name ist Ivan Herr. Ich bin am 08.06.1963 geboren. Ich bin der Gründer von Quaffur X. Wir haben das im Jahr 1985 an der Schützengasse das erste Geschäft gegründet. Wir haben dann 1990 an der Rohrschacher Strasse das zweite Geschäft aufgemacht und sind 1997 von der Schützengasse in die Poststrasse zu gingen. Seit 1987 bilden wir auch Lehrlinge aus. Das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir eine Drei-Preis-Systeme geführt haben. So können unsere Lehrlinge arbeiten und unsere Kunden haben die Möglichkeit, zu einem sehr günstigen Preis zum Quaffur zu kommen. Unser Drei-Preis-System besteht aus dem Meister-Team, Top-Team und Nachwuchsteam. Im Meister-Team arbeiten die Leute, die zuständig sind für Lernende auszubilden, die auch eine Meisterprüfung absolviert haben. Im Top-Team arbeiten die Leute, die eine Lehre absolviert haben, die im Damen- und Herrenfach ausgebildet sind. Und im Nachwuchsteam arbeiten die Lernende, die nach einer internen Prüfung sowie Zeit an den Kunden verschaffen dürfen. Meine Hobbys sind unter anderem Footy, Video, Skifahren, Tennis, Mountainbike, Wanderer, Fitness und Sport im Allgemeinen. Outro Top-Team plus Bis zum nächsten Mal.